Ist das eine gigantische Aussicht? Wir sind im Wellnessbereich auf der AIDA-SOL und genau hier beginnt die Geschichte der AIDA Night of the Proms Tournee 2011 mit der Pressekonferenz im September und das sind die Stars der Tour dieses Jahr. Hi everybody, my name is Seal and I'm speaking to you from sunny Los Angeles. I'm very sorry I can't be there with you at the moment, but I'm in the studio recording the SOUL 2 album, which will be out in time for the AIDA Night of the Proms Tour in November. Hier ist Alison Moyet. Nice to see you. Stand for... Ja, ist natürlich eine Riesensache und was natürlich für uns auch noch ganz faszinierend ist, also gerade auch bei unserem ersten oder auch beim zweiten Album, wir haben ja selber auch in der Produktion auch viel mit Streichern gearbeitet und gerade als Musiker ist natürlich eine Riesensache, wenn man jetzt auf einmal die Möglichkeit hat, die eigenen Songs von so einem Riesenorchester mit so einem Riesenensemble umgesetzt, auf der Bühne zu hören und dann auch noch ein Teil davon zu sein. Here we go! One, two! Hi, my name is Niall Rogers, which is a combination of a river in Africa and a fantastic composer. People say I have a lot of bass in my voice for such a skinny person, but it has been that way since I was a child. Und hören eine kleine Grußbotschaft von unseren Divas. Jetzt steht das komplette Lineup für die Premiere der AIDA Night of the Promps 2011 mit Seal, mit John Miles, mit Niall Rogers, Mastermind von der Gruppe Chic mit Stanfor, von der Insel Föhr aus Deutschland und mit Alison Moyet. Und hier auf der AIDA Sol hat sie einen ihrer ganz großen Hits performt, den hören wir natürlich auch bei den Konzerten im November und Dezember. In your absence, I changed my mind, and someone else is sitting in your seat. Oh, cried out, you took a whole lot of loving for a handful of nothing. Oh, cried out, it's hard to give you something when you're pushing and shoving. Oh, cried out, you took a whole lot of loving. Oh, cried out, it's hard to give you something when you're pushing and shoving me around, 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 around. Thank you very much, I appreciate that, thank you. Thank you. Wow, Alison Moyet. Wow, whew. The time some people here to meet You We'll see